Wir haben immer probiert, die nächste Saison besser anzugehen und höhere Ziele gesetzt. Klar ist unser Ziel, wieder unter den ersten vier zu kommen, direkte Champions League-Qualifikation. Jetzt auch irgendwann mal vielleicht einen Henkel in der Hand zu haben, einen Titel zu gewinnen. Das ist auch unser Anspruch im Verein, als auch von jedem einzelnen Spieler. Klar arbeiten wir von Tag zu Tag auch daran, immer besser zu werden. Und da probieren wir natürlich auf Augenhöhe zu kommen. Klar ist auf jeden Fall unser Anspruch, dann weiterzukommen. Wir wollen weiterkommen, so weit kommen, wie es nur geht. Natürlich muss man dann auch gucken, gegenabhängig wen kriegt man. Aber wir werden auf jeden Fall nicht unzufrieden sein, wenn man da wieder so weit kommt.